hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin natürlich auf die ja ich habe meinen alten account wieder hoffe ich da war gerade so viel werbung davor die wollte ich weg drücken aber es hat nicht aufgehört deswegen habe ich gedacht komm ich starte jetzt einfach ja das spiel ist leider immer mit viel werbung verbunden so wie hier müsste ich mir werbung anschauen damit ich die kriege die sachen wir klicken das weg hier auch die ganzen angebote da hätte ich nur okay drücken schade egal belohnung abholen okay das ist eine truhe die wollen wir sofort mal öffnen 200.000 gut kann ich gebrauchen weil ich bin sowieso fast pleite was haben wir hier das sind die ganzen angebote die jetzt mir vorgeschlagen werden das sind die beiden die ich mir gerade nicht angeschaut hatte gratis ich brauche kein kein geld dafür für dailies entweder schließe ich die dailies so ab ich habe nur nicht gespielt das so von letztem mal wahrscheinlich oder ich schaue mir eine werbung an und dann kann ich auch eine daily abschließen klar bin ich im klaren noch drinnen in meinen eigenen ne war taktig german war das das war ein ziel schlüssel habe ich nicht könnte zwei truhen öffnen aber ich spare lieber bis auf 100 schlüsse habe ich die jetzt schon freigekauft nicht gut dann gehen wir mal direkt zum einsatz das ist neu jetzt gibt es vier einsätze ok und jetzt gehen wir zum kampf schnell spielen ich benutze mal meine drei tränke sage ich jetzt mal meine buffs die gehen eine halbe stunde und gehe zum kampf und gehe zum kampf ich fang vom an mit denen mit denen zінch Nearby und auch das verlagkampf auch sie bei der aber vielleicht wel Vielen Dank. So, ich habe hier gereinigt. Ein Klanger schon mal. Okay, der ist auch down. So, ich habe hier gereinigt. Dann holen wir uns jetzt den hier ab. Hmm, da ist der nächste. Okay. So. 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 Sekunden noch Oh, du schießt mit Raketen zu mir Oh, und da ist ein riesen Da darf ich nicht in der Nähe hin Das ist der Kämmer an dem ganz großen Vertrag Das ist auch einer, zwei Stück haben sie, das gibt es noch nicht Schnell weg hier Oh ne, das ist ein kleiner Nein Ja, das ist ein kleiner Ja, das ist ein kleiner Ich kann nicht die ganze Zeit weglaufen, ich muss ihn laufen. Da oben ist ein Titan. Okay. Da, Titan. Da geht's noch Esperen auf. Da geht's noch nicht aus. Das sind alles Titans, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Belohnung erhöhen, kann ich mir ein Video anschauen, möchte ich aber nicht. Hier kann ich mir auch noch mal ein Video anschauen, nein will ich aber nicht. So ein Kampf. Okay, das heißt das Flaggen einnehmen. Der ist so schnell, ich komme auch nicht hinterher, so ein Mist, kein Punkt für mich. Okay. Okay. Da. Okay. 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 Ja, das ist weg. Und ich bin auf der Seite stehen. Oh, das ist doch ganz schön laggy, ja? Keine Waffe zerstört schon, ja? Super. Super. Ich bin auf der Seite. 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 muss laden und genau richtig gelandet wo sind denn hier noch welche? oh wir haben einen titan und noch ein titan wir haben auch einen titan nein nicht auf mich schießen ich bin doch nur ein kleiner wurm ok da habe ich jetzt auch einen titan aber ich weiß nicht wie ich mit den titan kämpfen titan slayer titan slayer titan slayer ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Ich bin jetzt schon da. Ja, ich will den Punkt auch noch einnehmen. Gebt mir die Chance. Oh, ich habe den Punkt nicht eingenommen. Das war eigentlich nicht. Zum Kampf. Schnelles Spiel, so kam. Also die erste Runde war, so viele Leute, ich weiß jetzt nicht wieviel, ich sag mal 50, nee, oder alle Leute zerstören, die da waren, von den Personen, die Roboter. Und ein Grad, was halt Flaggen einnehmen, genau wie jetzt auch. Ich habe wieder Nahkämpfer genommen am Anfang, richtig doof eigentlich. Ich komme natürlich mit dem Feuerwerk durch. Hopps, hopps, hopps und da ist einer. Uh! A an. Aha. Das war's. Ich bin auch am Nachladen. Komm runter. Komm runter. Oh, das ist schon zu viel Leben verloren. Nicht den anderen Nahtkämpfer. Also ich sage Nahtkämpfer dazu, weil ich habe bei denen und bei den ersten Nahtkampfwaffen eingesetzt. Die machen mehr Schaden, wenn ich nah dran bin. Und dann habe ich natürlich die anderen Beinen mit Fernkampfwaffen ausgerüstet. Wenn ich weiter weg bin, machen die mal Schaden. So, jetzt habe ich noch lieber mit dem Fernkampf oder dem Titan. Mit Titan will ich lieber warten. Aufladen. Aufladen. Der ist weg. Boah. Ein Schuss. Down. Dau. Dau. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so verkehrt aus. Der brennt. Ach, das ist ein Titan. Da war es zu weit weg. Dau. Der brennt. Dau. Dau. Entwicklungs Horror. Dau. 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 Mmh. Gibt da jetzt noch einen Titan? Laufen die alle jetzt mit Titan rum? Lassi ist da, ich bin auf 50 Kameraden. Der ist auch schon tot. Jetzt kommt der nächste dran. Jetzt hängt er hier fest. Das war ja einer von uns. Ich würde darauf den da ganz hinten schießen. Getroffen! Oh, der eine Titan ist von uns zerstört. Okay, dann nehme ich jetzt auch einen Titan. Okay. 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 Schade, schade, schade. Naja, das waren die drei Runde. Ich spielen wollte. Zehn Minuten sind vorbei. Dann werde ich hier rausgehen. Habe ich was fertig gekriegt? Sister Shop? Nein. Quest 10 Stück. Ich werde was abholen. Täglich zwei fertig. Super. Plan. Oh, auch einen fertig. Bonus. 1. Gut, gut, gut. Das war es dann. Die 6 Szenen haben angezeigt für die Videos, die man sich anschauen kann. Aufrüsten. Unseren Titan. 30.000 können wir machen. Aufrüsten. Dauert 240 Minuten. Gut, kein Problem. Ich habe Zeit. Aufrüsten. 1 Kommas von mir. Oh, das passt genau. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Do you. Dann halt nicht. Was ist das? Also den habe ich jetzt, aufrüsten, geht nicht, na da ist schade, also da heißt es entweder warte ich eine Stunde und mache sofort fertig mit 250 Gold oder ich repariere den sofort ohne das hier zu beenden, also ich kann immer nur eine sache reparieren oder aufwerten. Verloren ist aber teuer bei den beiden Minuten. Wie sieht denn das aus, wie sind denn meine Leute da? Der hat keinen, der hat einen, 10, 10, 10, 20, gut 20. Dann werde ich mal den hier aufwerten, befördern. Das ist auch episch lila. Das war alles für heute. Das war alles für heute. Dann möchte ich das Spiel mal beenden und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.